und forrester so jetzt kriegen wir noch ein bisschen schneller holz es ist winter warum brennst du es winter nicht brennen nicht die bäume hallo meine holzhütte mein holzfäller löschen nicht die bäume also manchmal zweifle ich ein bisschen an der kai take too long to store our harvest some of it was ruined by the winter proving past to the grain alter ich habe drei stück da und wir kriegen 294 essen und 155 wird gegessen also ich glaube das reicht noch ein bisschen nein zehn sind verloren gegangen im winter ich glaube bei 294 ist das wohl zu verkraften so drei arbeiten in der library und wieder ja klar wir haben genug granaries gut für ein blacksmith das bräuchte erstmal ein iron mine pier allows building on water church ok da komm dann kriegt ihr halt meine church warum nicht no one is available to work oh wie kann das denn wahnsinn dann mach mal einen stein braucht so glaubt das lässt sich auch überleben neun people okay wir brauchen häuser kommen denn alle her wir brauchen holz das sind fünf stück mehr ok na den platz für belegen würden wir ja sowieso oder so belegen also warum nicht hatte machen war aber eben ich krieg's nicht geschissen so 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 und dann vor allem es steht da unten sogar noch dran und nicht trotzdem immer wieder falsch haben so glaube ich neuer ich war wohl so wie der granary ja und du dieses minst weekend text ja toll ich krieg doch ich krieg doch gold das vier wird an soldaten ausgegeben ach so die hier die kriegen zwei gold so eine vier wartet auf 36 holz ach da oben brennt schon wieder toll super wikinger greifen wieder an ja kommt mal und wo geht ihr denn diesmal rein doch wieder da oben ja ok äh warte mal castor castor ach scheiße zu wenig holz komm haut rein ja fast 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 komm 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 pause jetzt das ding da oben drauf und go aber seid ihr wahrscheinlich zu langsam für ne exclaimed a forester scheiße was habe ich die besiegt ja du weg und ich habe keinen ja toll ich habe ein holz zu wenig jetzt habe ich null holz okay zwei und direkt wieder eins weg happiness liegt bei 51 ich glaube ich sollte mal eben kurz ich kann es hier in gold sparen jay terrible plug swaps the land eight peas ins heft und ähm jetzt werden meine leute auch noch krank ja toll hospital so und so dann hat er auch einen nachbarn wunderbar ja wir haben doch genug zu essen mehr als genug jetzt fortify as best we can ja ja ich habe gerade gedacht da brennt schon wieder aber ja komm holz congratulations schwanhausen ist nauer berg owning town keine ahnung ob ich das richtig ausgesprochen habe 100 solds look to you for leadership wow krass 100 leute schon übel man das geht schnell wir sind wir sind warte mal das ist glaube ich die vierte folge krass nein ein drache und nein und nein dafür bräuchte für holz ich habe ich habe kein holz hoffentlich geht es auch so so schön regen this means we can text them ja ich bin mir auf den sack mit einem text so ja wobei text ist jetzt wieder hoch äh happiness dann können wir wieder ein gold einstellen bitte lass alles in ruhe bitte lass alles in ruhe bitte fackel nix ab fackel nix ab fackel nix ab ich würde gerne gerne also sollte lieber entwickler solltet ihr das sehen ich würde gerne enemy ähm health points sehen können das wäre mal ganz praktisch weil der blinkt als würde er getroffen werden obwohl er eigentlich nicht getroffen wird und man sieht aber auch nicht ob er jetzt hat oder ist das die hp leiste und der wird einfach wirklich nicht getroffen könnte natürlich auch sein nein lass mein feld in ruhe lass das ach nöö haben sie aber gelöscht ne ja ok wunderbar ja wir kriegen richtig ja wir kriegen richtig viel ähhh ach wir haben schon wieder und 19 sind schon wieder eidel 19 leute eidln rum ist halt so ne dann könnte man eigentlich hier auch noch einen hinsetzen warte mal der hat keinen nachbarn dann machen wir das glaube ich ja ich glaube das machen wir so So, das ist jetzt, glaube ich, ein Maximum Höhe. Wieso fackelt da hinten schon wieder etwas? Es ist doch keiner hier, der fackeln kann. Der Charcoal Maker fackelt. Finde ich ja auch geil. Da wird doch sowieso, da brennt es doch sowieso die ganze Zeit. Warum kann der dann noch zusätzlich abspannen? Ah, das ist so. Na egal. So. Ach ja, genau. Town. So. Kann da schon mal eben noch ein Haus hin? Äh, Town. Straße, 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 Straße. Äh, das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, und wenn die da fertig sind, kann dann dieses Haus da nachher hin. Komm, also. Können wir auch schön unsere Häuser erweitern. So, und wenn wir jetzt noch das hier machen. Dann kann da auch noch ein... Ah, cool. Hoffen wir mal, dass es überhaupt so geht. Äh, 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 äh. Reißen wir das nachher ab. Bauen dafür ein großes. Ich glaube, wir bauen dafür ein großes... Ich brauche Gold, ernsthaft. Mir fehlt Gold. Ich verliere Gold. Tut mir leid, Leute, aber... Wobei, warte mal, ich brauche ja auch noch eine Taverne. Braucht zwei. Reicht das? Und dann ist er da oben gerade eben nicht drin, ne? Dann muss der da weg. So. So. Machen wir das so. Ja, ich weiß, wir haben jetzt so wenig Betten und deswegen geht jetzt, ähm, Happiness runter. Das ist doof. Drei, vier... Ey, ich hab gerade was gespendet und schon geht's in Flammen auf, oder was? Was soll denn der Scheiße? Guardian of the Forest and all its creatures. Aha. Was haben wir denn hier noch schönes? Market workers carry extra food and charcoal to the market to create easy access for heads of household. Aha. Bäcker könnten wir ja eigentlich auch mal machen, ne? Warte mal, was wollte ich jetzt vorhin? Ich wollte vorhin eigentlich was ganz anderes machen. Was ich auf jeden Fall machen wollte, ist der hier. So, aber ich wollte noch irgendwas... Äh, was ist das? Chamber of War. Points, Army, Generals, Unlocks, Ballista, Barracks and Moach. Ah, okay, das brauchen wir also so oder so. Okay, die Burg wird auf jeden Fall... Wird so oder so größer, egal wo wir die Dinger hier hinbauen. Die pinkeln schon wieder auf das Feld, damit es gelöscht wird. Wunderbar. Sharkhole haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Das haben wir alles noch. Also, naja. Was? Firehouse claimed to hover... What? Warum? Wollen wir neu. Ach ja. Ach, nee. Geh weg. Nein, nicht auf meinen Forrester. Geh weg. Ach, Mann, der kriegt den nicht. Und der kriegt den auch nicht. Komm, flieg voll rein. Aber bringt wahrscheinlich nichts. Hä? Hm. Oh, ach, nö. Da wird er jetzt natürlich wieder nicht angegriffen. Mann. Ja, war klar. Ach, komm, wir machen mal einen Bäcker. So, der braucht Charcoal und das. Das, dann... Na, komm, ich mach den hier hin. Ist doch egal. So. Das Spiel erinnert mich auch so ein bisschen an Anno. Ein bisschen. Hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf. Aber wenn dann eigentlich Anno 1602 und das... Ist das jetzt dein fucking Ernst? Nee, okay. Wenn dann Anno 1602 und das, ähm... Ja, funktioniert leider nicht mehr. Leider, 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 leider. Ach, scheiß Babyfunden. Was? Ach, toll. Wikinger kommen jetzt auch noch. Schön. Beziehungsweise, ich müsste mal gucken. Vielleicht würde man das, ähm... Über eine virtuelle Konsole oder so eine virtuelle Maschine oder so laufen lassen können. Das, das würde eventuell noch gehen. Das wäre wirklich... Ähm, Market? Macht das Sinn? Ich... Ähm... Pack mal einfach da hin. Ich... Ich weiß es nicht, ob es Sinn macht oder nicht. Ach, scheiße. Nee. Wobei, ich kann ja auch erst mal da hin bauen und so, also... So, nun kann ich ihn immer... Äh, kann ich ihn immer noch demolischen. Hallo? Ach, ja. Komm, haut mal rein hier. Hau dir schon wieder ab hier, oder was? Ihr Feiglinge! Ihr Feiglinge! Äh, Leute? Löscht ihr mal das Feuer? Sind die anderen schon tot? Gary Sparks has died of old age. Ja, wenigstens sterben meine Leute nur an einem hohen Alter und nicht, weil Wikinger sie töten oder so. 133. Meine Betten sind schon fast wieder verbraucht. So. Den, 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 den und den. So, wir haben ja eh genügend Idle Workers, dann können die da mal holzacken gehen. Oh, es ist gerade wieder 3 Uhr nachts. Also, nicht wundern, ne? So, habt ihr mal was Neues? Nö. Äh, nö. 60 finde ich jetzt nicht so happy. Ja, leichter gesagt als getan. Aber du hast ein Maximum Reichweite. Ah, nicht schlecht. Ach ja. Das sind jetzt, mach mal schneller hier. Sind jetzt ja auch die anderen hier freigeschaltet worden, ne? 150. Eat grand meals every day here. What the fuck? Uses, äh, man nennt es in Gold to train villagers into soldiers. Soldiers wait here until a general recruits them. Ja, brauche ich nur noch ein General, ne? Also, bei der Menge an Steinen sind Mauernbauung, glaube ich, oder ist Mauernbauung, glaube ich, zu teuer. Vor allem, ganz ehrlich, die Leute, mein Gott, die komischen Wikinger zünden 2, 3 Sachen an und das war's. Also, so schlimm finde ich das jetzt noch nicht. Aber ist, ist ja auch, äh, noch Early Access, ne? Also, alles gut. Hatte ich jetzt echt auf 150 Steine? Ich sollte zumindest mal abspeichern, glaube ich. Oh. Ah. So, jetzt haben wir's. Okay, dann bin ich mal gespannt. So, wie weit sind die hier? Ah, wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir auf jeden Fall schon mal die, die Straße durchziehen. Ah, 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 ah. Ist geöffnet. Was? Ach, die ist kaputt. Ja, gut zu wissen. Neubauern. Ach ja, ach ja, ach ja. Ah, die schleppen das ganze Futter zum Markt, okay. Ja, sollen sie mal machen. Von mir aus. Wir haben Futter on Mars. Aha. Okay. Ah, hier können wir schon mal wieder die nächsten Ansätzen. Town, Straße und da, na, 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 na. So, und dann müssen wir eine Eisenmine haben. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir speichern nochmal ab und ich warte hier nämlich, ich warte hier gerade dumm, ich warte mich hier gerade dumm und dämlich und ich bin hundemüde und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder in unserem schönen neuen Königreich. Bis denn, ciao.